servus liebe leute ich hab grad spontan ich dachte mir eigentlich habe ich nur noch zwölf minuten zeit aber da dachte ich mir trotzdem ach scheiß drauf lass ich lass mal das mal aufnehmen was ich machen will ich weiß es nicht aber wir haben übel viel wolle inzwischen schon das ist nicht mehr normal und die sind wieder gewachsen ja doch eine schere habe ich und mein handy vibriert weil ich also ich dachte der wird draußen weil ich eigentlich gleich weg bin also zwölf minuten los da muss diese person erst mal eh zu mir kommen deswegen hoffe ich dass bis er kommt habe das video fällig und wenn er klingelt kann er oder verkackt ganz einfach so und ich brauche ein zweites weizen voll geil alter das schaut geil aus jetzt habe ich zwei screens gemacht shit ich brauche erstens weizen und zweitens eine zweite weizen fahren wir auch nicht schlecht ja wohl warum nicht da spitze ich versuche wieder so eine ähnliche rundung zu machen wie hier ich weiß nicht ob ich das schaffe aber ich muss das jedenfalls dann in dem krumm der da hinten ist auch machen damit es ein bisschen symmetrisch ist und mal gucken ob ich das schaffe oder nicht da könnte ich hier hier kann ich aber diese zäune machen das kann ich wirklich machen dagegen spricht gerade nichts aber nur ich habe das bisschen so die abis on screen ich glaube ich habe auf screen gemacht habe ich alles was ich verwende sortiert die verschiedenen holzarten und natürlich habe ich vom normalen holz keine zäune mehr shit weil hier hier sind meine tools hier sind die sachen die ich immer beim draußen reingehen schnell abladen kann hier sind roherze hier sind dann die wertvollen ärzte hier sind dann tools und vielleicht mache ich hier sogar sticks könnte ich auch einpacken damit ich mir schnell tools machen kann also hier sind dann die sachen die ich immer wieder brauche beim rein und ausgehen rein und aus so hä wie habe ich das jetzt gemacht warte mal wie viele blöcke sind es 1 2 3 4 5 das ist eine komische zahl also 1 2 3 4 5 5 jetzt noch eins von oben weg so da genauso 1 2 3 4 warte mal ist das nicht schon 5 das ist doch schon 5 1 2 3 4 5 hä wieso ich habe bis 4 gezählt bin ich ein Analphabet die können doch nicht zählen oder weißt du jemand anderes hehehe oder war schlecht ich sollte mich dafür eigentlich vergraben nein hä mit welcher ich hätte nur 2 ups ich hatte anscheinend doch 3 ich bin schlecht so aber ich musste eigentlich mal gerade sitzen aber das ist irgendwie mein tisch ist viel zu klein wäre der tisch höher dann könnte ich gerade sitzen und dann tut mein hals ein wenig zu tief hocke ich zwar gerade aber muss ich mal so hoch gucken weil so hocke ich eigentlich oh jetzt habe ich da hinten egal ich glaube das brauche ich hier äh so hocke ich eigentlich genau dass der monitor vor mir ist dass ich dass mein nacken wenigstens nicht weh tut so dann hier kommt das weg und hier kommt das weg so und hier kommt auch das weg aber wie ich das uuh uuh hä ist noch eins höher oder scheiße ist echt noch eins höher shit damit habe ich jetzt nicht gerechnet so ich will ja dass das relativ authentisch warte mal ist das überall so ne da hab ich das schon mal verkackt ne scheiße und auf der seite ist es auch ne da ist es fuck aber dann meh 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 hab voll verkackt warte ich mach das erstmal so und auf der seite ist es nicht das ist nur hier eigentlich ja dann machen wir es auch nur da mein gott wenn da der wasserfall ist dann passt das ja so das ist 2 hoch ja passt das ist 3 ja okay ich brauche noch einen clean stone habe ich clean stones da warte mal da oben da sind clean stones genau ich will ahja ich habe mir zusammengerechnet wie viele items ich brauche um das lager fertig zu stellen das sind 320 sticks ähm jetzt habe ich irgendwo habe ich das da kleinen Augenblick ich bin gleich wieder erreichbar ähm dann 80 holzstämme also die also 80 x 4 das sind dann diese holzplanken und ok das ist dann noch eins hinter so groß ähm und was brauche ich noch und 40 leder wenn ich das alles habe dann kann ich meine deng meine deng kann ich abhacken ja mann äh also die checkliste dafür ah das bleibt so dann wird nur hier tiefer tiefer bis zur mitte ne bis hierher oder noch eins weiter ich glaube bis hierher ja genau bis hierher gut jetzt brauche ich nur noch dreck das kann ich auch aus holz machen das wäre cool oder das ist aus holz okay ich weiß es nicht ich weiß es nicht habe ich überhaupt noch so ich kann hier einfach ach ich verwechsel mal dass das unten ist ähm so verwende ich aber das dann fängt hier die zweite farm an gut dann brauche ich jetzt zack ok dann geht es da hinten halt weiter und fackeln fackeln bevor er jetzt Monster spawnen warte mal ja ja passt dann das so wir auch schon mal dezent weitermachen so so komisch aus wenn da so ist da halt nicht ne dann das so kommt ja auch noch oben ups warte mal da ist ja kein Wasserfall da ist ja auch so das Wasserfall Dings jawoo oh fuck da kommt da auch hin anscheinend mach ich da auch einfach hin hin gut dann ist es hier gut ausgeleuchtet dann kann ich meinen Cobblestone wieder zurück tun ich habe eine Kiste nur für Cobblestone gemacht weil davon hat man einfach echt reichlich so was habe ich hier noch alles drin ja ich vergesse selber was ich da so drin habe uh es leckt und mein Brot ist alle was mache ich da ich muss hier nach oben warum gehe ich eigentlich immer hier durch weil ist ja gerade der hochgesprungen bis nach da aha und äh was wollte ich sagen eh ich habe 13 Weizen du machst Liebe du machst Liebe du machst Liebe du machst du machst Liebe und du machst Liebe jetzt habt ihr alle Liebe gemacht jetzt kann ich euch scheren nach dem Akt so alle geschoren gut davor habe ich 3 abgeschert und dann jetzt 6 ich habe nur 2 mehr als davor gut Wolle haben wir ein bisschen was ein bisschen nicht so viel aber ein bisschen könnte ich mal gucken ah ich könnte ja ah ne die Schafe müssen glaube ich ausgewachsen dafür sein oder äh ob ich die jetzt ein bisschen färbe schon mal der hinten ist gewachsen ich habe ja ich habe ja die Pizza des La das ist schon mal eine Farbe dann mache ich mir schon mal einen Blau ich kann mir auch eine Farmkiste machen komm ne ich habe doch eine Farmkiste die war da Auf der Seite ist dann das ganz andere Dreck Ja, Dreck, hier Ähm, hab ich sonstige Farben? Hab ich Kaktus? Nee, ne Andere Farben Wie kriegt man nochmal andere? Über Blumen, stimmt Aber ich hab irgendwie Ich hab keine Blumen Komisch Egal, dann färbe ich schon mal Ein Schäfchen Das ist dann Blue Blue, blue Jetzt ist er wieder weiß Das heißt mal nicht mehr, dass er blau ist Okay, aber jetzt haben wir schon mal Eine blaue Rolle Gut In meinem ersten Haus hab ich noch, glaub ich, so viel Farbe Da müssen wir noch die Eisenbahnstrecke Dorthin basteln Okay Aber das ist echt, das finde ich das Coole dran Dass ich abgehauen bin und mir was Neues Aufgebaut habe, weil Theoretisch gibt's eine Welt, die irgendwann aufgebaut wurde Und ich die selber schon komplett vergessen habe Weil es bei mir schon Keine Ahnung, wie lange das her ist Das ist auch über einem Jahr Vielleicht sogar anderthalb Jahre her ist Dass ich das überhaupt noch Nun überhaupt gesehen habe Und ich weiß nicht mehr, was da drin ist Ich hab sogar, als ich das Video geschnitten habe Mein hundertstes Video Hab ich so Ich hab einen Hafen Und alles mögliche Hab ich auch komplett vergessen Ach ja Ich hab da und da was gebaut Ach ja Ich hab ja noch so eine Insel aus Sand Und so Ah ja, warte mal Dreck brauch ich ja Hab ich da oben Wo hab ich eigentlich Wo hab ich eigentlich mein Eiseneimer Das würde mich jetzt mal interessieren Woher hab ich den getan Hab ich den hier runter Ja, da Was ist da so noch drin Wollezeug Clay und Redstone Okay, ich muss die ja eh alle beschriften Und ich brauch Wasser So, wir sollten langsam auch schnell aufhören Denn, äh Es kann sein, dass wir Was soll ich den nennen? Ich hab den ja schon öfters im YouTube Im YouTube genannt Äh, kommt da Dreck hin oder? Ne, das ist kein Dreck Ab, hier gibt's Dreck Ich mach das erstmal so Damit ich weiß, was zu Dreck wird und was nicht Ähm, gleich kommt Schweine im Weltraum Und Joey LeCron Aber Ob der YouTube-Channel Ob er den YouTube-Channel weiter übernimmt Weiß ich nicht Ja, ich mach das jetzt so Ich hab ja grad Nichts Zack Jawohl Und jetzt kann das auch nochmal aus Dreck gemacht werden Na, kann ich hier auch schon mal was hinpflanzen? Oh, ich hab sogar eine Hau dabei Krass Gut, dann wäre das damit schon fast erledigt Ich nehm dann nur Ach, komm, scheiß drauf Er kann warten, wenn er vor der Tür steht und klingelt Ähm Dann nehm ich schon mal meine Seeds Also mit der Hau mach ich jetzt alles schon mal Hauig So Ah, so Okay Und dann pflanzen wir schon mal die Seeds ein, die ich noch habe Das sind ja aber Ich hab doch, glaub ich, schon ein paar gesammelt Ja doch, 27 geht Ist ganz akzeptabel Ich könnte mal das Das, das, das Fleisch von den Schäfchen Das könnte ich mal grillen Ist mir grad eingefallen Reicht das? Nö, es reicht nicht mal krass Das hätte ich jetzt nicht gedacht Ich dachte, das reicht locker Hm, Schweinefleisch kann ich auch grillen Nur acht Stück Ansonsten hab ich kein Fleisch mehr Krass Das hätte ich auch nicht gedacht So, den Eimer kann ich zurück tun Zack Zack Okay, ne, da ist meine Schmiede Wie einfach jetzt echt mein allererstes Haus zur Schmiede umfunktioniert wurde Und das war eigentlich ja meine kleine Hütte Hab ich da noch irgendwo was drin? Nee, ne Sonst ist nichts drin Aber die Kohle geht mir auch langsam zugrunde Apropos Kohle, hier hab ich Kohle Und hier ist auch noch meine Höhle Das muss ich auch noch zumachen Das kann ich ja so schnell zumachen, ne So Damit ich weiß, nicht weitergraben als hier Warte mal, damit ich's genau Äh, damit ich's richtig weiß, nicht weitergraben als hier Mach ich da noch erstmal eine Schicht Cobblestone hin Hä, falsch Und Kohle kann ich auch abgreifen So Dann hab ich schon mal die Kohle Und ich weiß auch nicht weitergraben nach da Nach da kann ich, glaub ich Auch nicht wirklich Das heißt, das Haus ist eigentlich schon zugrunde fertig Dann machen wir, ich mach das jetzt mal zu Das ist sowas wie die Niemals endende Mine Was ist denn ein Kackler? Ich glaub so ist es cool Das, das Dass man da hier mal So verschüttetes Bergwerk Ist einfach verschüttetes Bergwerk Okay, da haben wir das auch schon mal Die Kohle lasse ich hier liegen Falls ich irgendwas zum Zündeln brauche Und das Fleisch ist schon fertig Nice, dann brauche ich keine Weizendinger mehr verwenden Und ich finde die jetzt viel zu lang Das ist irgendwie so komisch Weil ab und zu welche runtergehen Aber die sind komplett lang Das ist irgendwie komisch So Und da, ja Ja, okay Das ist einfach komplett runtergewachsen Ja, auch noch nicht ganz Zum Beispiel Der hat noch einen Block Okay, die sind alle komplett runter Ja, blaue Schäfchen ist fertig Ich mach ganz viele verschiedene Farben Dann paaren die sich Und Ja, boah, das war's Und dann züchten die neue Farben automatisch Zum Beispiel Ich glaub das Kind von Gelb und Äh, Rot wird automatisch orange Das find ich cool Ha, der ist so gewachsen Der ist nochmal Der, du bist gewachsen Hör auf zu wachsen Ja, du, du bist Du bist gewachsen Du hast gegessen und dein Fell ist gewachsen So, hör auf zu essen So, das wollte ich sagen Hör auf zu wachsen Gut Und ein Crafting Table hier Wäre nicht so Nicht so eine schlechte Idee eigentlich Da kann ich gleich mir Teppiche und so machen Aber wurscht Das machen wir irgendwann anders Ich weiß nicht, ob ich das auch hier Mit Teppichen zumachen Werde Oder ob das auch Stein bleibt Ah ja Die Pfosten wollte ich auch noch Aus diesem Holz da machen Die da Vielleicht auch das dahinter Ja, weil das sieht man eh nicht Aber ansonsten Das war's mit dem Part Großartig Gibt's nix mehr zu sagen Hab die zweite Farm jetzt fertig gebaut Machen wir nochmal so einen Blick So, pju Oder von da ganz hinten So, pju Bis zum nächsten Mal Servus Ist ja voll dunkel geworden Was am Anfang heller? Hm, egal Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal